Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über unsere heutigen Adelsparteikämpfe, denn um solche handelt es sich. Also das, was wir irrtümlich Demokratie nennen, sind eigentlich Sturz inneraristokratische Vorgänge. Genau deswegen funktionieren sie auch so schlecht. Und das Problem mit diesen Adelsparteikämpfen ist, dass sie in fast jeder Hinsicht politisch unproduktiv sind. Und gleichzeitig verbergen wir vor uns selber, dass es sich eigentlich um solche Adelsparteikämpfe handelt. Also dass tatsächlich faktisch nur Menschen aus bestimmten Kreisen miteinander da um die Macht ringen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber statistisch ist das sehr stabil. Es sind halt ganz bestimmte Kreise, aus denen sich das aktive politische Personal rekrutiert und dann intern wechselseitig miteinander um die Macht ringt. Das geht, ist sozusagen immer ein fragiler oder, sag ich mal, metastabiler Zustand. Ein Zustand, der zeitlang so gehen kann, aber nie lange gut gehen kann. Weil die Gefahr immer da ist, dass sich sozusagen eine der Adelsparteien gegen die anderen Adelsparteien durchsetzt. Sei es, weil irgendwann die Allgemeinheit dieser Kämpfe überhaupt überdrüssig ist, weil sie eben dann bemerken, zu wie wenig das führt oder zu was es führt und wie unangenehm das Ganze ist. Das ist so der eine Grund, aus dem dann Tyrannis-Acker-Diktatur entsteht. Und der andere ist natürlich, dass manche Adelsparteien schon durchaus skrupelloser agieren als die anderen und sich dann gegen die anderen durchsetzen. Und dann ganz klassisch, wie man das kennt, die anderen halt ausschalten und kalt stellen. Das ist historisch in allen möglichen Gesellschaften immer wieder passiert. Das ist auch kein spezifisch neuzeitlicher Vorgang. Es ist sozusagen eine Grunddynamik größerer menschlicher Gesellschaften, dass das entsteht. Also meine These ist immer, diese Adelsparteikämpfe oder dieser aristokratische Zustand ist tatsächlich der Naturzustand menschlicher größerer Gesellschaften. Aber eben nicht alles, was von Natur entsteht, ist auch gut. Also dieser Mythos, Natur ist gleich gut, ist offensichtlich falsch. Es gibt zum Beispiel in der Natur auch Gifte und ziemlich eklige Lebewesen. Und es gab ursprünglich mal auch gar nicht so wenig Lebewesen, die uns gefressen haben. Das ist auch alles Natur. Also Natur ist nicht einfach gut für den Menschen. Und manchmal sind es eben auch die natürlichen Eigendynamiken menschlicher Gesellschaften, die nicht gut für uns sind. Und diese Adelsparteikämpfe, die auch wir wieder heute haben, sind auch nicht gut für uns. Aber sie entstehen eben von allein. Also man muss sie noch nicht mal künstlich institutionalisieren. Dass Parteien sich bilden mit eben Anführern, hinter denen sich dann die anderen sammeln und die dann darum buhlen, Gefolgsleute zu haben. Das ist die natürliche Dynamik größerer menschlicher Gesellschaften. Das ist das, was von ganz alleine entsteht. Und das steht auch noch hinter den Klagen bei so mancher Partei und manchen Politiker, wo also eine charismatischere Führung eingefordert wird. Das ist sozusagen eine inneraristokratische Intuition, dass es nicht schlecht wäre, wenn man da vorne so eine Lichtgestalt hat, weil man dann im inneraristokratischen Kampf um Anhänger einfach leichteres Spiel hat. Wenn da vorne jemand steht, der einigermaßen toll reden kann, dann einigermaßen toll aussieht und so weiter. Das ist also in den inneraristokratischen Kämpfen immer günstig und wird dann regelmäßig auch immer wieder bedient und hat im inneraristokraten Spiel einfach Vorteile. Das ist das, was dahinter steht. Also alles an unserer Gesellschaft drückt aus, dass wir in einer Aristokratie leben. Sogar teilweise unser Vokabular drückt das recht eindeutig aus. Es konkurrieren ja bestimmte Leute darum, die besten Regenten zu sein. Was heißt Aristokratie? Es heißt Herrschaft der Besten. Also Wahlen sind ein inneraristokratisches Prinzip. Nach meinem Verständnis ein Versuch, Revolutionen durch etwas Unblutigeres zu ersetzen. Und daran haben Aristokraten selbst natürlich ein lebendiges Interesse, wie man sich denken kann. Also dass man den inneraristokratischen Machtkämpfe so gestaltet, dass der Blutzoll innerhalb der Aristokratie nicht zu hoch wird. Und da sind dann Wahlen eine gute Idee. Deswegen sind Wahlen innerhalb der Aristokratie tatsächlich ein zivilisatorischer Fortschritt. Aber eben innerhalb der Aristokratie und sie bewirken in keiner Weise und haben das auch noch nie getan, eine Demokratisierung. Also Wahlen waren nie demokratisch und hatten auch nie den Zweck, Demokratie herbeizuführen. Wie sich diese Redeweise in der Politologie eingeschlichen hat, ist wirklich ein interessantes, historisches, begriffsgeschichtliches Ereignis. Also Begriffsgeschichtler könnten daran ihre Freude haben, wie plötzlich dann Dinge, plötzlich Demokratie genannt werden, die also historisch nie Demokratie genannt wurden, wo also unseren Vorfahren immer klar war, ja, also Wahlen sind halt nicht demokratisch. Plötzlich wird dann eben so geredet und dann schleicht sich das ein, verbreitet sich und bürgert sich ein. Ja, da stehen wir halt jetzt heute, dass wir also sturzaristokratische Vorgänge einfach mal eben demokratisch nennen, obwohl sachlich nichts daran demokratisch ist. Demokratisch wäre, wenn alle Menschen gleich stark beteiligt sind. Ja, unmittelbar gleich stark beteiligt, es keine politischen Privilegien gibt, einen keinen bevorzugten Zugang zu Politik und Staat. Davon sind wir so unendlich weit entfernt, rein nach ganz nüchternen Zahlen, rein nach Statistik. Wenn man sich anschaut, wer bekleidet Ministerämter, wer nimmt wirksamen politischen Einfluss über Lobbyismus, wer sitzt in den Parlamenten, dann haben wir krasse, krasse Überrepräsentation und Privilegierung auf der einen Seite und krasse, krasse Nicht-Vorkommen bis unter ferner Liefen Vorkommen. Von anderen, also der politische Einfluss ist so ungleich verteilt in unserer Gesellschaft, dass wir in keinem Sinn davon reden können, dass wir bereits in Demokratien leben würden. Und genau das ist eben auch das Problem, weil Gesellschaften, die so vorgehen, wie wir vorgehen, also die sozusagen Aristokratie dulden, sind immer fragil und instabil und tendieren immer auf gesellschaftliche Katastrophen. Also meine These ist, aristokratisch organisierte Gesellschaften können nicht vermeiden, sich selber in Katastrophen reinzumanövrieren. Das ist sozusagen ihre, auch wiederum, Naturtendenz. Und egal, was Aristokraten anstellen, sie können das nicht vermeiden. Also man sieht das in der Geschichte, ich finde, man sieht es besonders deutlich in der antiken Frühgeschichte, also in der Vorgeschichte der Demokratie, in der Antike in Athen, dann wird dann alles Mögliche versucht. Es wird versucht, auf die Aristokraten mäßigend einzuwirken. Es wird appelliert, ja, den Wettbewerb nicht aus dem Ruder laufen zu lassen und so. Und das nützt aber alles nichts, weil Mäßigung im inneraristokratischen Spiel, wie wir auch heute wieder erleben, keine Vorteile bringt. Also diese inneraristokratischen Kämpfe werden nicht von denen gewonnen, die nach Mäßigung rufen, zumindest nicht langfristig, ja. Also vorübergehend ist dieses staatsmännische Auftreten, ja, ich mache hier Politik nicht nur für meine Klientel, für meine Gefolgsleute, für meine Anhänger, sondern ich mache Politik für alle. Erstmal so, klingt wie eine gute Strategie, sehr viel wirksamer ist aber mittelfristig krasse, krasse, wie soll man sagen, Polemisierung, krasse Polarisierung und so weiter und eben auch der gezielte Tabubruch und so weiter. Das ist, also, die Aristokraten sind schon verschieden in ihrer Ausrichtung auf, für wie viele Menschen bin ich da oder für wie viele Menschen fühle ich mich verantwortlich. Da sind manche sehr viel exklusiver und offensiver unterwegs, im Sinne von, ich mache hier Politik nur für meine kleine Klientelgruppe, ja, so im Sinne von, ich mache Politik nur für die Deutschen, Deutschland zuerst oder ich mache Politik nur für die Reichen, die Reichen zuerst oder so, ja. Und das wird manchmal auch nicht mehr so offen gesagt, aber gemacht und gedacht wird es trotzdem. Also wenn es Nachteile bringt, es offen zu sagen, wird es nicht gesagt. Wenn es Vorteile bringt, es offen zu sagen, wird es offen gesagt. Also es ist alles Teil eines Machtspiels, eines Machtkampfes und was in diesem Machtkampf nutzt, wird gemacht. Und das Problem mit der Aristokratie ist, dass bestimmte Strategien innerhalb dieser Machtkämpfe hochgradig vorteilhaft sind, die für die Gesellschaft als Ganze hochgradig desaströs sind und irgendwann natürlich auch für diese Menschen, die diese Strategien selber anwenden, aber das halt erst in der längeren Hinsicht. Also kurzfristig bringen Strategien Vorteile, die langfristig hochnachteilhaft sind. Und das ist ein inneraristokratischer Mechanismus, den die Aristokratie selber nicht ausschalten kann. Also Aristokratie hat aus sich selbst heraus keinerlei Lösungen für die Probleme, die sie selber generiert. Und das ist auch der Grund, warum sie entweder sich auflöst in Tyrannis oder auflöst in Demokratie. Das sind die beiden Alternativen. Es gibt also nach meiner These für jegliche sesshafte, komplexe, differenzierte, dynamische Großgesellschaft nur drei Grundsystemzustände, nicht mehr, nicht weniger. Und diese wechseln sich ab und vor allem wechseln sich ab Aristokratie und Tyrannis. Aristokratie und wie wir es neuzeitlich nennen, Diktatur wechseln sich ab. Die systemisch stabile Überwindung von beiden ist die Demokratie, aber die haben wir halt nie erlangt. Also die haben wir nie realisiert. Wir wechseln also immer im schönen Wechselspiel. Wenn uns die Parteikämpfe zu blöd werden, bildet sich eine Diktatur heraus. Und wenn die Diktatur wieder zu beschissen ist, bilden sich wieder diese Parteikämpfe heraus. Also das, was die Griechen Stasis genannt haben. Ständige Kämpfe zwischen den Aristokraten um die Macht. Ständiges Machtgerangeln mit den üblichen Intrigen, mit den üblichen Machtstrategien, wo dann in der Regel die Dreisteren, die Skrupelloseren sich durchsetzen. Und insofern, Aristokratie ist aus sich selbst heraus eine Art systemisches Moraldumping. Also wenn man eine möglichst unmoralische, unethische Gesellschaft haben will, dann macht man Aristokratie. Und genau das ist, was wir machen. Ja, also das ist ein bisschen widersinnig, also gerade für Aristokraten selber, weil natürlich gibt es auf der anderen Seite sowas wie Adel verpflichtet und es gibt den Adelsethos. Aber da kann man sich historisch anschauen, wohin das immer geführt hat. Also wie gesagt, ich finde am eindrucksvollsten in dieser Hinsicht, weil da die Dynamiken, die Dynamiken, die auch wir heute haben, am klarsten offen liegen. Also unser Zugriff darauf, unsere Fähigkeit zu begreifen, was passiert ist in der Frühantike, sozusagen am leichtesten für uns. Das finde ich sehr eindrucksvoll, weil man hat auch versucht, mit Ethik zu agieren. Also der Adel hat es an sich selber appelliert, doch bitte ethischer zu werden und ethischer zu agieren. Es hat aber nichts genutzt, weil einfach ethisches Agieren keine dominante Strategie in den Machtkämpfen waren, die ausgetragen werden mussten, die systemisch einfach da waren. Und die gleiche Dynamik haben wir heute. Also es wird appelliert, immer wieder, auch von Journalisten wird viel appelliert, dass Politiker doch bitte so oder so agieren sollen. Würden sie aber so agieren, wie von ihnen erwartet wird und teilweise auch von ihnen selbst von sich erwartet wird, dann verlieren sie diese Kämpfe. Deswegen ist es keine dominante Strategie. Also rein spieltheoretisch setzen sich Arschloch-Strategien durch innerhalb der Aristokratie. Also wenn du ein erfolgreicher Adelsparteiführer sein willst, kannst du nicht ethisch agieren. Das erleben wir immer wieder. Und das Interessante ist, dass die Menschheit aus diesen eigentlich regelhaften Vorgängen so wenig lernt. Aus der Geschichte wäre wahnsinnig viel zu lernen, weil es sich wirklich um regelhafte, sich wiederholende Vorgänge handelt. Wir sehen aber immer nur die Unterschiede. Wir sehen nicht praktisch die Grundprinzipien, die sich ständig wiederholen. Wir sehen immer nur die Unterschiede. In dem Sinne sind wir auf eine ganz unproduktive Weise Historisten. Wir schauen also immer in die Geschichte und sagen, ja damals, da war das so und so. Ja, aber das hat für uns heute keine Bedeutung. Das hat uns nicht zu sagen. War ja eine ganz andere Gesellschaft. Die gemeinsamen Grundprinzipien, die aber die ganze Zeit, seitdem die Menschheit in Sesshaftigkeit zusammenlebt, die ganze Zeit am Werk sind, blenden wir aus. Also das sozusagen, was uns seit 10.000 Jahren verbindet, weil es seit 10.000 Jahren im Grunde die gleiche Dynamik ist, die sich nur in verschiedenen Varianten abspielt, aber im Grunde ist es die gleiche Dynamik. Und diese Dynamik sieht eben so aus. Es gibt drei Grundzustände. Der Naturzustand ist der Zustand von Adelskämpfen. Das ist der, der sich zunächst alleine herstellt. Diese Adelskämpfe sind aber in sich instabil, fragil und lösen sich von alleine auf. Und dann lösen sie sich meistens in Tyrannis auf und ganz, ganz selten in Sonderfällen lösen sie sich in Demokratie auf. Ja, das sind die beiden Zustände, wie man Adelskämpfe beenden kann. Also man kann einen Zustand nur durch einen anderen Zustand ersetzen und entweder wird der Zustand der Adelskämpfe durch eine Tyrannis, durch einen König, durch einen Diktator, also durch eine Macht, die sich durchsetzt und dann diese Parteien unterdrückt, abgelöst oder eben durch die demokratische Form, die demokratische Form ist, man politisiert die Gesellschaft als Ganze und alle sind politisch aktiv und zwar alle gleich stark. Und das lässt sich nur durch das demokratische Losverfahren erreichen. Und das sind die beiden Formen, wie man das erreichen kann. In der Regel ist es immer ein Wechselspiel von Tyrannis, Dasis, Tyrannis, Dasis, Tyrannis, Dasis oder in unserer heutigen Begrifflichkeit Diktatur, Parteikämpfe, Diktatur, Parteikämpfe, Diktatur, Parteikämpfe wechseln sich ab, ohne Fortschritt. Demokratie wäre der Fortschritt, aber das ist halt das, was wir seltener machen, historisch gesehen. Ja, also absolut selten, absolute Ausnahme, dass man also begreift, wie unproduktiv die Gesamtdynamik ist und dass man etwas ganz anders machen muss, nämlich etwas Kontraintuitives, nämlich man muss die Gesellschaft politisieren. Jeder Mensch muss ein politischer Akteur werden, ein politisches Subjekt und zwar alle gleich stark. Und dann hat man die Möglichkeit, die Parteikämpfe zu stoppen, ohne dass man darüber in eine Diktatur oder Tyrannei gerät. Und das ist das, was die Griechen in einer kurzen, provinziellen Zeitphase begriffen haben in Athen. Das war der absolute Sonderfall. Ansonsten ist der Regelfall eben, wir haben Parteikämpfe und ab und zu setzt sich halt eine Partei dann durch, unterdrückt alle anderen, macht auch interne Säuberungen. Da sind wirklich auch die Nazis wirklich ein ganz gutes, historisches, der Regelfall. Das ist das, was wir, genauso die Stalinisten und so. Das ist so das, was passiert, eine Partei setzt sich gegen die anderen durch in innergesellschaftlichen Kämpfen, die im Grunde Adelsparteikämpfe sind. Das wollen wir auch nicht sehen. Auch die Kommunisten waren eine Adelspartei. Ganz eindeutig waren sie das. Die natürlich im Namen des Volkes und im Namen der Arbeiter agiert haben, aber das ändert nichts daran, dass das eine Adelspartei war. Genauso waren die Nazis eine Adelspartei. Und dann passieren interne Säuberungen. Also das, was zum Beispiel dann irgendwann die Nazis selber mit der SA gemacht haben, das ist so der typische Fall. Deswegen darf man sich da auch keine Illusionen machen. Also es gibt ja heute auch so von manchen Menschen so Fantasien. Gerade unter Migranten gibt es das. Ich werde AfD-Anhänger und dann passiert mir nichts. Da kann ich nur sagen, hm, ja. Auch eine lesbische Vizepartei wird sich noch wundern, was passiert, wenn die AfD erstmal an der Macht ist. Ja, das, also nach der Macht und vor der Macht wird völlig verschieden agiert. Das ist dann, wenn man sich erstmal durchgesetzt hat und die dominante Partei ist, also diese Tyrannis erlangt hat, ist das Agieren ein ganz anderes als in der Phase der Parteikämpfe, der Machtergreifung. Ja, der, wo man noch ringt um die Macht, aber sie noch nicht hat. Das ist, ja, da werden sich halt einige wundern, wie die innerparteilichen Säuberungen dann ausfallen. Da sind die Nazis wirklich ein paradigmatischer, typischer Fall. So geht das aber immer. Das ist kein, also das ist vielleicht auch so ein Punkt. Und die Neuzeit hat immer die Nazis zu was ganz, ganz Besonderem erklären wollen und darüber halt sich selber verschleiert, wie regelhaft das alles ist. Das ist letztlich fast eine Entlastungsstrategie. Also indem man die Nazis zu was ganz Besonderem Dämonischen macht, also das ist schon super, super Übel gewesen, keine Frage. Ja, ich bin ganz weit weg von Verharmlosung. Es ist mir so, dass ich bewusst machen will, wie schlimm wir, wir heute dran sind, weil das eben leider nicht ein Ausnahmeereignis in der Geschichte ist, sondern eher ein regelhaftes Ereignis. Also unsere Lage ist viel schlimmer, als wir denken. Ja, wir denken ja so, wir haben den Nationalsozialismus überwunden, jetzt ist irgendwie alles gut oder es wird nie wieder so schlimm werden und die Realität ist, es kann sogar noch schlimmer werden. Weil die Grunddynamiken, die regelhaften Grunddynamiken dahinter sind immer noch voll im Gange. Ja, also sozusagen der Faschismus wird immer wiederkehren. Natürlich unter anderem Namen, in anderer Gestalt, aber wir haben nicht den Faschismus besiegt. Wir haben vorübergehend der Sache ein Ende gemacht. Ja. Und dann kehrt sie immer wieder, weil die Grunddynamiken dahinter sind in vollem Gange. Und das ist halt so ein Problem, dass man da das Regelhafte in der Geschichte nicht sehen will. Man will immer die Einmaligkeit sehen. Auch viele Historiker sind total fokussiert immer auf die Einmaligkeit und die Unterschiede. Aber die allgemeinen Prinzipien dahinter, das ist halt eher so ein Philosophenthema. Philosophen sind immer am ewig Wahren, am immer Gültigen, an der Allgemeinheit interessiert, an den allgemeinen Prinzipien. Das ist so der Philosophenblick, der ist auch ein bisschen verrückt, finde ich. sage ich als jemand, der Philosophie studiert hat. Aber er ist hilfreich manchmal, um bestimmte Dinge zu erkennen und in bestimmter Hinsicht halt nicht naiv zu sein. Aus meiner Sicht ist unsere heutige Gesellschaft sich selber gegenüber hochgradig naiv, gerade was ihre eigene Gewaltneigung angeht. Wir denken immer, wir hätten das überwunden. Haben wir nicht. Da gibt es sehr eindrucksvolle psychologische Untersuchungen zu, also die zeigen, wie wir so in Wirklichkeit ticken und das ist beängstigend. Also wenn man mal versteht, wie Menschen psychologisch gebaut sind, dann ist der Gesellschaftszustand, in dem wir gerade sind, hochgradig beängstigend. Also das ist wie so eine Milchmädchenrechnung. Man ist psychologisch aufgeklärt, wie funktionieren Menschen, plus man schaut sich an, wie unsere heutige Gesellschaft operiert und wenn man das zusammennimmt, also wenn man das zusammenschüttet, so eins plus eins ist zwei, dann kann einem ganz anders werden, weil dann ist man wahrscheinlich in Panik. Weil das gibt Anlass zur Panik dann. Also das Beängstigende an der Geschichte sind wir selber, nicht die anderen. Also wir Menschen sozusagen selber haben Grundmechanismen in uns, die erwarten lassen, dass wenn bestimmte Gesellschaftszustände eintreten, wir halt hochgradig grausam, hochgradig brutal, hochgradig gewalttätig, auch systematisch gewalttätig agieren werden und das können wir auch gar nicht überwinden, weil das Teil der menschlichen Natur ist. Wir sollten halt dafür sorgen, dass nicht die Zustände eintreten, die das dann freisetzen und auslösen, was auch in uns ist. Nachweislich, psychologisch nachgewiesen. Und ja, also die Menschheit hat eigentlich ein lebendiges Interesse daran, diese Adelsparteikämpfe A nicht laufen zu lassen und auch nicht sich selber hin zur Tyrannis, zur Diktatur überwinden zu lassen in der Eigendynamik, die Aristokratie hat, sondern halt diese Adelskämpfe tatsächlich auszuschalten, systematisch und stillzustellen und zu blockieren, dass sie gar nicht erst entstehen. Die Technik dafür ist wie gesagt die Demokratie, aber da sind wir nicht. Wir lassen es einfach laufen und nennen stattdessen diese Adelskämpfe Demokratie. Das ist wiederum extrem bedrohlich. Die Ausgangslage, in der wir sind, ist extrem bedrohlich, weil wir von dort aus, wo wir stehen, dass wir diese Adelskämpfe Demokratie nennen, schwer begreifen können, warum Demokratisierung das ist, was dran ist, das, was die Lösung ist und was es eben auch hilft, diese Adelskämpfe zu beenden und allein das Verständnis, dass wir diese Adelskämpfe beenden müssen, fehlt uns oder dass diese Parteikämpfe Adelskämpfe sind, auch das Bewusstsein fehlt uns. Wir denken ja so, Parteien, die sind ja irgendwie so für das Volk da, nein, sind sie nicht. Das Volk hat genau die Rolle, dass es in Adelskämpfen immer hat, das sieht man auch in der Antike sehr, sehr deutlich, nämlich Gefolgsleute zu sein. Also, die verschiedenen Adelsparteien buhlen untereinander darum, möglichst viele Anhänger, möglichst viele Follower, möglichst viele Gefolgsleute zu haben. Das sind inneraristokratische Prozesse. Das heißt, wenn du eine Partei anhängst, dann hast du deine Champions, ja, so, yeah, meine Champions, die du ins Rennen schickst, aber für die, von der anderen Seite, ist es wichtig, dass sie dich haben als Gefolgsleute, weil das ist der Kampf, den die Adelsparteien austragen gegeneinander. Wer hat mehr Anhänger? Das wird über Wahlen prozessiert oder zwischendrin über Meinungsbefragungen, ja, wie was dann immer präsentiert wird, Politbarometer und so. Das sind inneraristokratische Vorgänge. Da wird also gemessen, welche Adeligen haben wie viele Anhänger. Aber natürlich nennen wir das nicht so. Ja, wir sagen, ja, die machen Politik so, so für das Volk und so. Nee, machen sie nicht und können sie auch gar nicht. Das ist nicht ihre Schuld. Also hier keine Verschwörungstheorie. Das ist alles eine systemische Analyse, was ich hier vortrage. Es ist ein realistischer Blick auf was, was, und der Versuch, Begriffe zu bilden, um das überhaupt zu begreifen, was halt vor sich geht. Um zu sagen, was ist. Und, ähm, was auch unterschätzt wird, gerade von meinem eigenen Milieu, also ganz offensichtlich bin ich ein eher liberaler Großstadtlinke, so ganz klassische, ganz klassische Typologie. Also da darf man sich auch keine Illusionen machen. Also ich kann mich selber in diesem Spiel relativ klar verorten, wo ich da stehe, so milieumäßig und so. Und gerade mein eigenes Milieu, meine eigene Partei macht sich da gerne Illusionen, weil sie zum Beispiel denkt, nur weil das so ist, weil, 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 weil manche Parteien halt das Wohl von mehr Menschen versuchen, in den Blick zu nehmen als andere, dass es den anderen, die man bekämpft, ja, den anderen Parteien nicht auch um Weltverbesserung ginge. Ja, also allen Adelsparteien geht es um Weltverbesserung. Auch den ganz Rechten, aus ihrer eigenen Sicht arbeiten sie genauso an der Weltverbesserung wie linke Parteien, ja. Das macht das Spiel aber nicht besser, ja. Also im Grunde sind heute, die heutigen Aristokraten alles Idealisten. Das ist aber keine frohe Botschaft, weil Idealismus ist nicht was Gutes. Also auch die Rechten sind sturzidealistisch, das ist ihnen aber selber nicht klar und das ist auch den Linken nicht klar. Alle arbeiten am Projekt Weltverbesserung, nur das für alle, diese Weltverbesserung in was ganz anderem besteht und zentral dafür, dass man in der Weltverbesserung vorankommt, ist, dass man die anderen Parteien ausschaltet und bekämpft oder möglichst klein hält, ja. So stellen sich das die heutigen Adelsparteien vor. Man bekämpft sich und dann siegt das Gute, nur dass halt zum Beispiel für einige rechte Parteien das Gute was ganz anderes ist als für einige linke Parteien und auch innerhalb der linken Parteien werden verschiedene Dinge für das Gute gehalten und natürlich auch innerhalb des rechten Spektrums werden verschiedene Dinge für das Gute gehalten und dann bekämpft man sich. Im Kampf für das Gute, im Kampf um das Gute. Alle kämpfen um das Gute, nur verstehen sie halt darunter was hochverschieden ist. Das ist eine hochgefährliche Ausgangslage. Also, dass unsere heutigen Aristokraten, unsere heutigen Adelsparteien alle sturzidealistisch sind, ist nicht eine frohe Botschaft, das ist ein Problem. Ist auch ein unvermeidliches Problem. wieder, Adelsparteien können heute nicht anders sein. Also, sie können auch nicht vermeiden, so zu sein, ist es trotzdem ein Problem. Also, meine These ist, Aristokratie entsteht völlig von alleine, diese Adelsparteikämpfe entstehen völlig von alleine, es ist der natürliche Zustand der Menschheit, wenn sie sesshaft wird und in komplexen Gesellschaften zusammenlebt, in komplexen, differenzierten, dynamischen Großgesellschaften, das ist ein Naturvorgang letztlich, ein Naturprozess. Und dann ist es aber so, dass diese aristokratischen Gesellschaftszustände, in denen wir auch heute leben, aus sich her selbst heraus katastrophal sind und, dass sie das gar nicht vermeiden können. Ja, das ist so meine These und das ist natürlich eine beängstigende These. Also, ich habe kein sonderlich fröhliches Weltbild, ich habe ein relativ düsteres Weltbild, ich würde aber sagen, ich habe ein realistisches Weltbild, im Gegensatz zu den meisten anderen heute lebenden Menschen. Jo, und ich sehe das eben auch nicht als etwas Besonderes an. Ich sehe ganz ähnliche Vorgänge eben in der Antike. Ich sehe sie, würde sie meines Erachtens, auch wenn ich mich mal mit anderen Gesellschaften befassen würde, in anderen Weltregionen wiedererkennen. Es sind die immer gleichen Spiele. Ab da, wo wir aus dem Nomadenleben raus sind, sesshafte Gesellschaften mit Grundeigentum und so weiter bilden, entstehen diese Dynamiken. Ja, und es wird immer gekämpft natürlich um die Macht. Und ab und zu setzt sich dann halt ein Tyrann durch, begründet irgendeine Form von Dynastie und bis dann halt diese Dynastie auf irgendwelchen Gründen schwach wird und dann gehen die Adelskämpfe wieder von vorne los. Das ist die Welt, in der wir leben seit 10.000 Jahren überall auf dem Planeten. Ja, ohne Ausnahmen. Und die einzige Form, das strukturell zu überwinden, ist halt Demokratie, aber da sind wir nicht. Die haben wir nicht, die haben wir noch nicht mal versucht. Ja, wie gesagt, die Athener haben es dann zumindest mal versucht in Ansätzen. Auch das war eine unvollständige Demokratie, ganz offensichtlich. Also auch eine Staatsform oder Verfassung, die, wenn wir ganz streng sind, nicht die Bezeichnung Demokratie verdient, weil eben sie sehr exklusiv agiert hat und so viele Menschen von aktiver, gleich starker politischer Tätigkeit ausgeschlossen hat. Aber zumindest der Grundansatz war viel versprechender als alles, was wir in der Neuzeit bislang versucht haben. Also politisch waren die eulen Griechen viel innovativer und viel, vom Prinzip her, viel interessanter als alles, was die Neuzeit bislang ausprobiert hat. In der Neuzeit ist politisch kein Heil zu finden oder kein Fortschritt. Da macht sich die Neuzeit was vor. Sie denkt zum Beispiel, dass diese ganzen Revolutionen, die wir hatten, die amerikanische Revolution, die englische Revolution, die französische Revolution, die russische Revolution, dass das fortschrittliche Prozesse gewesen seien. Und dazu kann man nur sagen, in welcher Hinsicht sollen das Fortschritte gewesen sein? Also, da hat eine Adelsklicke die andere Adelsklicke entmachtet. Und wo ist jetzt der strukturelle Fortschritt? Ja, ich sehe den nicht. Wir leben immer noch in der Welt, die stabil so gebaut ist. Männer haben in dieser Welt deutlich mehr Einfluss auf das Allgemeine, also auf den Staat, als Frauen. Und das ist stabil. Das ist statistisch nachweisbar. Reiche haben unendlich viel mehr Einfluss auf den Staat als Arme. Menschen ohne Behinderungen haben unendlich viel mehr Einfluss als Menschen mit Behinderungen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber im statistischen Mittel ist das so. Akademiker haben unendlich viel mehr Einfluss auf den Staat als Nicht-Akademiker. Was noch? Ah ja, Eingeborene haben unendlich viel mehr politischen Einfluss als Eingewanderte. Das sind alles so stabile Phänomene. Und das sind alles Phänomene, die uns sagen, wir leben nicht in einer Demokratie. Warum? Weil Demokratie bedeuten würde, dass alle Menschen stabil und garantiert und wirklich wirksam den gleichen Einfluss auf den Staat haben. Das ist einfach faktisch objektiv nicht der Fall. Und deswegen leben wir objektiv in aristokratischen Gesellschaften und nicht in demokratischen Gesellschaften. Also das Kriterium für Aristokratie ist, es existieren politische Privilegien. Das ist der Fall. Das Kriterium für Demokratie ist, es existieren keine politischen Privilegien oder man kann es auch umkehren. Alle sind politisch privilegiert und zwar gleich privilegiert. Also nach bestimmten Theoremen, die ich mir von anderen Autoren abgeschaut habe, bestand die Demokratisierung in der Antike in einer Aristokratisierung des Demos. Also plötzlich waren alle Aristokraten. Ja, so macht es fast noch mehr Sinn. Also es ist die Abschaffung der Privilegien durch die Privilegierung aller. Das ist das Smarte, was Demokratie tut, aber was wir nicht tun. Wir lassen es so laufen und wenn man es laufen lässt, entsteht halt Aristokratie. Also Aristokratie ist wie gesagt das, was von alleine entsteht, was von Natur entsteht, das, was entsteht, wenn man es einfach laufen lässt. Und das ist das, was wir tun. Wir lassen es laufen und dann entstehen halt krasse Privilegierungen. Ja, da darf man sich keine Illusionen machen. Der Einfluss zum Beispiel Vermögen der Menschen gegenüber Menschen ohne Vermögen auf den Staat und auf politisches Entscheiden ist es unendlich viel größer. Unendlich. Das passiert dadurch, dass du, wenn du reich bist, halt auch auf Öffentlichkeit ganz anders Einfluss nehmen kannst. Das ist die Möglichkeit, Lobbyisten zu engagieren und zu bezahlen. Ja, wirksame Lobbyisten. Und überhaupt sind halt mehr von deiner Bezugsgruppe überhaupt in der Politik aktiv. Also die Bevölkerungsgruppe, aus denen sich das aktive politische Personal rekrutiert, steht dir relativ nahe. Teilweise sogar in Verwandtschaftsverhältnissen. Ja. Das ist die übliche Vorgehensweise von Aristokratien. So funktioniert Aristokratie. Also unsere Gesellschaft ist durch und durch und durch aristokratisch, erzählt sich aber selber die schöne Geschichte, wir sind eine Demokratie. Und das ist ein großes Problem. Das wäre dann kein großes Problem, wenn Aristokratie super funktionieren würde. Also wenn Aristokratie funktionieren würde, gäbe es kein Problem. Dann könnte sie das auch machen. Könnte sich selber noch tausendmal erzählen, dass sie Demokratie ist und es gäbe kein Problem. Das Problem ist, Aristokratie ist hochproblematisch. Übrigens auch für die Aristokraten selber. Es ist letztlich ein Selbstzerstörungsmodus, in dem wir unterwegs sind. Gesellschaftlich gesehen. Aristokratie ist wirklich gesellschaftlich absolut katastrophal. Wiederum sieht man in der Antike sehr deutlich. Mehrfache Katastrophen, die diese Aristokratie angerichtet hat. Also Transpolis-mäßig gesehen war zum Beispiel Athen auch sturzaristokratisch. Also untereinander hat man Demokratie gemacht, aber nach außen gegenüber den anderen Griechen hat man sich wie ein Hegemon, wie eben ein Aristokrat benommen. Hat sich Privilegien rausgenommen und so weiter. Und so ist der Peloponnesische Krieg entstanden. Und davor eben die große Krise der antiken Poliswelt, die die Demokratisierung Athens freigesetzt hat, war eine Aristokratiekrise. Aber egal, das hat die Geschichte alles leider vergessen. Das haben schon die Griechen selber im 4. Jahrhundert vor Christus wieder vergessen gehabt. die Vorgeschichte ihrer eigenen Selbstdemokratisierung. Da gab es noch nicht sowas wie historisches Bewusstsein, weil das noch stark orale Kulturen waren. Also der Beginn literaler Kulturen, also schriftfixierter Kulturen, fällt genau in die Zeit. Aber die Zeit sozusagen von der Entstehung der Demokratie, also von der Zeit von Solon bis zu Platon, ist letztlich im Kern eine orale Kultur gewesen. Und orale Kulturen vergessen bekanntlich sehr, sehr schnell ihre eigene Geschichte. Das war das Problem der Griechen, dass sie schon nach kurzer Zeit nicht mehr verstanden haben, warum sie überhaupt Demokratie machen. Das ist so meine These. Im 4. Jahrhundert vor Christus, also da, wo die großen schriftlichen Zeugnisse kommen, Platon, Aristoteles und so weiter, Thucydides, hat man bereits nicht mehr verstanden, was der Sinn von Demokratie und die Funktion von Demokratie ist, nämlich diese Adelskämpfe stabil zu beenden, ohne in einer Tyrannei zu landen. Stattdessen hat man dann angefangen, die Tyrannei zu idealisieren bei Platon. Also das Bild vom aufgeklärten weisen Philosophenkönig, das war dann die Lösung, die sich durchgesetzt hat. Das versuchen wir seitdem. Wir versuchen, weise aufgeklärte Philosophenkönige an die Macht zu bringen und erwarten von dieser platonischen Lösung, dass die Gesellschaft besser wird. Und die historische Realität ist, sie wird nicht besser. Wir setzen auf das falsche Mittel. Demokratie wäre das sehr viel vielversprechende Mittel, aber das hat sich im Allgemeinen Bewusstsein vor allem der Aristokraten selber noch nicht durchgesetzt. Wie gesagt, die Aristokraten in der Antike waren da klüger. Also auch Solon war ein Aristokrat. Kleistinus war ein Aristokrat. Ephialtes war ein Aristokrat. All diese Proto-Perikles war ein Aristokrat. All diese großen demokratischen Gestalten vermeintlich waren alles Aristokraten. Natürlich. Aber es waren Aristokraten, die wussten, dass Aristokratie instabil ist und dass Aristokratie selber hochproblematisch ist. Das wissen unsere heutigen Aristokraten offensichtlich noch nicht. Sie wollen es noch erfahren durch den historischen Prozess. dass Aristokratie katastrophal ist. Ja, okay. Da sind wir auf einem guten Weg. Es gerade auch noch mal für uns rauszufinden, weil wir halt nicht aus der Geschichte lernen wollen. Wir wollen es selber rausfinden. Wir wollen nicht von den Erfahrungen anderer lernen. Wir wollen es selber erleben. Ja, okay. Dann erleben wir die Katastrophen halt selber und erleben halt selber, wie katastrophal Aristokratie aus sich heraus ist. Können wir gerne machen. Da sind wir ja voll dabei gerade. So, jetzt habe ich einen Fadenriss. Was ich sagen will ist, Aristokratie, wenn sie funktionieren würde, wäre unproblematisch. Das Problem mit der Aristokratie ist tatsächlich ein rein funktionalistisches, ein rein pragmatisches. Sie funktioniert nicht und wird auch nie funktionieren. Also die Idee, es betteln sich ein paar Chosen Few, ein paar Privilegierte um die Macht und dann setzen sich die Besten durch. Ja, wie das so in Hollywood-Filmen ist. Ja, der Kampf gut gegen Böse, Herr der Ringe, Star Wars, ja. Gut gegen Böse und dann gewinnen die Guten. Das ist so das, das, wie soll man sagen, naive Gesellschaftsprozessbild, das unsere heutige Gesellschaft tatsächlich ernsthaft hat. Also das ist die Hollywoodisierung oder wie ich es nenne, manchmal Star-Warsifizierung der Politik. Nur mit dem Unterschied, dass eben alle glauben, dass sie die Guten sind. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, auch die Nazis waren aus ihrer eigenen Sicht die Guten. das war nicht ironisch und das war nicht, so, das haben die ernsthaft geglaubt. Ja. Und auch unsere heutigen Rechten denken natürlich, dass sie die Guten sind und dass die Linken die Bösen sind und das glauben die Linken halt von den Rechten auch. Ja, da kann man immer fragen, wozu könnte das möglicherweise führen? Also in welchem möglichen Szenario führt diese Ausgangslage zu irgendwas Gutem? Ja. Alle halten sich für Krieger des Lichts und die anderen für die Vertreter des Reichs des Bösen. Wohin führt das? Wohin das führt, kann man in den USA gut begutachten. Die sind dieser Entwicklung schon etwas fortgeschrittener als wir, aber das ist genau der Weg, den wir auch gehen werden. Kann man sich heute noch schwer vorstellen, ist aber, glaube ich, kaum zu vermeiden. Weil Aristokratie daraus kein Mittel hat. Es ist also sozusagen im inneraristokratischen Kampf vorteilhaft, wenn man das so konzeptionalisiert erst mal. Langfristig ist es nachteilhaft, aber im ersten Schritt, kurzfristig, ist es vorteilhaft. Und dann ist ein möglichst skrupelloses Agieren auch vorteilhaft. Das kann man übrigens in Hollywood-Filmen gut beobachten. Wenn man sich mal anschaut, aus einer rein moralischen, ethischen Perspektive, was in diesen Kämpfen dann die Guten alles so machen, also wie viele Leute sie umbringen, foltern und so weiter, ja, das ist ein ganz gutes Bild für die Realität. Ja, das ist das, was dann passiert. Die, die sich für die Guten gehalten haben, haben schon immer hochaggressive, gewalttätige, moralisch schwerfragwürdige Praktiken angewandt, die aber gerechtfertigt waren, dass man ja ein Krieger, dadurch, dass man ein Krieger des Lichts ist und dass man ja für die gute Sache kämpft und dass man ja überhaupt auf der richtigen Seite steht. Ja, das ist das, was wir Menschen immer machen. Das ist jetzt nicht groß überraschend. Das ist auch ein stabiles Phänomen. Ja, wie gesagt, ich kann nur davon abraten, diese Adelskämpfe weiter laufen zu lassen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass das die Form, die Staatsform, Verfassung, in der wir leben, in jeder Hinsicht das Kriterium eine Aristokratie erfüllt. Das ist kein Fehler jetzt im ersten Schritt der Aristokraten selber. Das sind halt Systemzustände, die sich von alleine herstellen. Also ich hoffe, man hört das richtig. Von meiner Seite ist das kein Blaming oder so. Ich mache niemandem Vorwürfe. Ich will nur darauf hinweisen, wir sind gemeinsam in einer Mess. Also wir sind gemeinsam in einer katastrophalen Ausgangslage. Also wir sitzen tatsächlich alle in einem Boot, zwar an sehr unterschiedlichen Stellen des Bootes, einige sehr erhöht, aber wir sitzen in einem Boot, das sinkt. Und es ist auch kein Land in Sicht oder so. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir dieses Boot umbauen und das auf hoher See. Also das heißt, während schon Wellengang ist und während wir nicht mal an irgendeinen Hafen ansteuern können. Das ist unsere Ausgangslage, das ist keine besonders beneidenswerte oder schöne Ausgangslage, wenn man das Schiff, das stark hierarchisch gebaute Schiff umbauen muss, damit es nicht sinkt und das auf hoher See. Das ist unsere Lage. Und dazu kommt hinzu, dass viele derzeit noch der Meinung sind, nein, das Schiff wird nicht sinken und B der Meinung sind, nein, so hierarchisch ist unsere Gesellschaft doch gar nicht. Obwohl die statistischen Zahlen was ganz anderes sagen. Ja, eben wenn man sich anschaut, wie stark ist der Einfluss von wem auf Politik, auf den Staat und so weiter, auf das gemeinsame Entscheiden, auf die Mittelverwendung, auf Ressourcenverwendung, wie werden Ressourcen verwendet. Ja, da haben halt manche ganz, ganz viel zu sagen und manche gar nichts und manche ganz, ganz wenig. Das ist nicht Demokratie. Und in diesem Zustand wird halt immer um die Macht gekämpft, also darum, viel zu sagen zu haben. Ja, also es ist ein ständiges Ringen darum, die anderen zum Verstummen zu bringen und die eigene Stimme hochgradig wirksam zu machen. Und was Demokratie macht, ist was ganz anderes. Sie lässt alle gleichzeitig eine wirksame Stimme haben. Das hatte in der Antike sogar einen Namen. Das nannte er sich Isegorie und war nah angelehnt an den ursprünglichen Namen der Demokratie, nämlich die Isonomie. Also generell sind Isonomie und Isegorie für Demokratie wahrscheinlich die etwas treffenderen und glücklicheren Bezeichnungen. Langfristig hat sich aber leider die Bezeichnung Demokratie durchgesetzt. Ja, obwohl es eigentlich noch nicht mal eine Herrschaftsform ist, die Isonomie und Isegorie. Da geht es eigentlich nicht um Herrschaft. Es geht darum, dass eben alle die gleiche Stimme haben und gleich wirksam sind. In Aristokratien hingeben wird ständig darum gekämpft, die wirksamere Stimme zu haben, also selber privilegiert zu sein und andere in die Unterprivilegierung zu schicken. Darum wird gekämpft. Und zwar beständig. Unter den Adligen untereinander. Die Aristokraten versuchen, sich wechselseitig mundtot zu machen und ihre eigene Stimme, die alle einzig und allein wirksame Stimme zu sein, also letztlich so eine Art Monopol zu erwerben. Das heißt letztlich eigentlich eine Tyrannis zu begründen. Und dann wird manchmal, um das zu verhindern, so eine Art Balance of Power installiert zwischen den Aristokraten selber. Das heißt, man setzt die Aristokraten in so einen Käfig und lässt sie sich gegenseitig belauern und hofft und glaubt, diesen Zustand stabil machen zu können. Also diesen Machtausgleichsprozess, wo die Aristokraten sich selber behaken und selber bekämpfen, aber nie kann sich einer gegen die anderen durchsetzen. Da wäre meine These, das ist nicht machbar. Also das ist eine Illusion, dass man das hinkriegen kann. Es müssen nur die Zeiten etwas wilder werden, es müssen nur die Herausforderungen für die Gesellschaft etwas größer werden, dann bröckeln alle diese Institutionen, die man mal gebaut hat, um Balance of Power oder auch Gewaltenteilung oder so hinzukriegen, damit sich keine einzelne Adelspartei durchsetzt. Das ist nicht realistisch. Wenn die Zeiten etwas tougher werden, dann ist es so, dass wahrscheinlich sich eine Adelspartei, die möglichst skrupellos agiert, sich durchsetzt und sich dann genau dieser Institutionen bemächtigt, die mal ursprünglich dazu geschaffen wurden, um genau das zu verhindern, dass sich eine Adelspartei durchsetzt. Die setzt sich dann einfach trotzdem durch und dann sitzt sie halt dann auch in der Judikative, der Exekutive und der Legislative, sitzt halt überall. Ja, dann ist es nicht vorbei. Ah ja, und dann wird immer unter den Aristokraten, das ist auch sehr beliebt, erst gestern wieder gehört, die Zivilgesellschaft. Oh ja, die Zivilgesellschaft. Man muss investieren in die Zivilgesellschaft. Oh mein Gott. Was Aristokraten völlig ausblenden, wirklich völlig und das ist wirklich krass, in welchem Ausmaß sie dazu fähig sind, das auszublenden, obwohl es auch gut erklärbar ist, warum sie dazu fähig sind oder warum ihnen das passiert, ist der hoch, hoch, ungleiche, das hoch, hoch, ungleiche Vermögen der Menschen verschiedener Schichten, verschiedener Klassen sich politisch oder zivilgesellschaftlich engagieren zu können. Wenn ich drei Jobs habe oder einen physisch sehr fordernden Job habe, komme ich nicht nach Hause und engagiere mich danach noch nach der Arbeit politisch. Oder wenn ich alleinerziehende Mutter von zwei Kindern bin, habe ich nicht die Kraft, danach mich noch politisch zu engagieren. Nicht, wenn ich nicht unglaublich viel Geld habe und das also outsourcen kann, also Profis engagieren kann, die das dann für mich machen. Also wenn ich dann eine Nanny zu Hause habe, die sich eigentlich um meine beiden Kinder kümmert, dann kann ich das, aber dann bin ich halt sehr reich. Und das blendende Aristokraten vollständig aus. Dann sind sie immer zivilgesellschaftliches Engagement. Das müssen wir stärken. Das heißt aristokratisches Engagement. Warum? Ja, weil nur Aristokraten sich engagieren können. Nur die haben die Ressourcen, nur die haben die Zeit. Der Rest der Menschheit hat die Kraft, die Zeit, die Ressourcen nicht, um sich politisch engagieren zu können. Das wurde aber von Aristokraten gar nicht gesehen. Ist überhaupt kein Problem für Aristokraten, weil es außerhalb ihres Horizonts. Kriegen sie gar nicht mit, dass die meisten sich ja nicht politisch engagieren können. Deswegen ist gerade dieses zivilgesellschaftliche Engagement hochgradig aristokratisch, rein strukturell. Wer sich da engagiert, sind Leute, die es können. Und wer kann? Ja, Leute, die Zeit haben, Leute, die Ressourcen haben und Leute, die nicht vollständig erschöpft sind. Geh mal an jemanden, der heute in der Altenpflege arbeitet, der dann eine 40-Stunden-Woche in der Altenpflege hat. Geh mal hin und sag denen mal, engagier dich doch mal politisch. Ja, da werden sich einige finden, die finden sich immer wieder, aber das sind so Rossnaturen. Das machen die auch nur eine Zeit lang. Ja, ein paar ganz wenige haben so starke persönliche Ressourcen, haben also so eine persönliche Resilienz, dass sie das können. Das sind aber absolute Ausnahmeerscheinungen. In der Breite wird das nie passieren. Also, ich sag mal so, ganz weit, lehme ich ganz weit aus dem Fenster. 99% der Menschheit, die eine 40-Stunden-Woche in der Altenpflege verbringt, wird sich danach nicht mehr politisch engagieren. Und das sehen aber Reistokraten gar nicht. Wie viele alleinerziehende Mütter sind denn aktiv in der Politik? Ja, und haben Amt, also sind Bürgermeisterinnen und so weiter. Und zwar unter denen, die nicht sehr vermögend sind. Also, ihr könnt sicher Beispiele finden, aber das sind verschwinden wenige und dann werdet ihr immer außergewöhnliche Menschen kennenlernen. Ja, weil das Strukturen sind, in denen ist das nicht erwartbar. Da musst du ein halber Übermensch sein. Und wenn du alleinerziehende Mutter bist, und du bist nicht reich zufällig, du bist nicht in eine Familie geboren worden, wo klar ist, jetzt schon klar ist, dass du ganz viel erben wirst mal. Und dann engagierst du dich noch politisch. Ja, das sehen aber Aristokraten nicht. Und deswegen sind sie so, zivilgesellschaftliches Engagement muss gestärkt werden. Ja, das heißt, aristokratisches Engagement muss gestärkt werden. Das heißt, da muss das gestärkt werden, was es sowieso schon gibt. Mehr vom Selben. Und das sehen Aristokraten aber nicht. Sie halten zivilgesellschaftliches Engagement für das Heil-All-Heil-Mittel, obwohl es gar nichts löst. Gar nichts. Weil es ein inneraristokratischer Vorgang ist. Und inneraristokratische Vorgänge haben wir schon ganz viel. Lobbyismus ist aristokratisch, die öffentlichen Debatten sind aristokratisch, die Parteien und Parteikämpfe sind aristokratisch. Ja. Wissenschaft ist hoch aristokratisch organisiert. Ja, wer landet in hohen Positionen in der Wissenschaft ganz selten ein Mensch aus der Unterschicht, aus einer Arbeit, sogenannten Arbeiterfamilie. Ja, ganz selten. Schaut mal im Schritt, also noch zum Studium schaffen es gar nicht so wenige, also statistisch natürlich sehr viel weniger als Leute aus Akademikerausland, aber gar nicht so wenige, schaffen es noch zum Studienabschluss. Dann auf der Schritt zum Doktortitel ist schon ein starkes Ausieben und der Schritt dann nochmal, das ist der krasseste Schritt, vom Doktortitel zu einer festen Position im Wissenschaftsbetrieb ist nochmal ein krasser Aussiebungsprozess. Und wenn du dir dann anschaust, wer am Ende durchkommt, also wer dann diese Position besetzt, da hast du meistens Leute, da waren schon die Eltern Doktoren oder Professoren oder anderes. Ja, auf jeden Fall aus der Oberschicht. Das ist die statistische Realität. Unsere ganze Gesellschaft ist sturzaristokratisch organisiert, aber wir schließen davor die Augen, weil man kann auch fragen, wer schließt davor die Augen? Ja, diese Augen, von denen wir behaupten, es seien die Augen der Gesellschaft, sind meistens die Augen der Aristokraten. Und Aristokraten verschließen heute die Augen davor, dass sie selber in der Aristokratie leben und das Sagen haben. Nur, dass sie halt untereinander in Kämpfe verstrickt sind, aber das sind Aristokraten immer. Aristokraten sind immer in Parteikämpfe verstrickt gegeneinander. Also, dass wir Parteikämpfe haben, ist gerade kein Indikator dafür, dass wir in der Demokratie leben, sondern Indikator dafür, dass wir in der Aristokratie leben. Denn nachweislich, da muss man wieder nur in die griechische Geschichte schauen, also in die griechische Antike sind Parteikämpfe nicht der Modus einer Demokratie. Also, wenn du Parteikämpfe hast, lebst du in der Aristokratie. Das ist das, 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 woran man sie erkennt, die Aristokratie. Und dann gibt es halt noch einen anderen Zustand, das ist, wenn eine Adelspartei sich durchgesetzt hat und eben eine Dynastie begründet, eine Monarchie begründet, eine Tyrannei begründet, eine Diktatur begründet. Das sind im Grunde sehr ähnliche Dinge, wo man sich fast fragt, warum gibt es dafür überhaupt unterschiedliche Bezeichnungen. Im Grunde ist es eine Sache. Tyrannis, Diktatur, Königtum, Dynastien, autoritäre Herrschaft, das ist halt, ja, eine Adelspartei hat sich durchgesetzt, das ist es. Mehr ist da nicht dahinter. Und dann gibt man dem halt schöne Namen und macht so ganz fein ziselierte Unterscheidungen, die aber im Grunde völlig Pille-Palle sind. Da wird, wird unterschieden etwas, was, was, was nicht verdient hat, unterschieden zu werden. Was also kein, keine große Aufmerksamkeit verdient hat, aber für Aristokraten ist das ganz wichtig. Tyrannis ist nicht Diktatur, ja, und Monarchie ist nicht Diktatur. Das ist, was Aristokraten immer erzählen, weil sie halt Dinge unterscheiden und wichtig machen, die total unwichtig sind. Wovor sie aber die Augen schließen ist, ja halt, wir leben überall in Aristokratie und das ist der Naturzustand, ja, und die heutigen Aristokraten machen sich da was vor. Sie glauben, die meisten Aristokraten glauben wirklich ernsthaft, das glauben sie selber, dass wir in einer Demokratie leben und dass das, was wir machen, ist Demokratie. Das glauben sie. Oder machen sie sich halt selber was vor. Und das ist aus meiner Sicht zu ihrem eigenen Schaden, weil Aristokratie tut paradoxerweise auch den Aristokraten nicht gut. Auch die Privilegierten leiden in einer Aristokratie. Das ist das Problem. Ja, und das ist auch die Hoffnung. Also, wäre es so, wie die meisten Menschen glauben, dass aristokratische Ordnungen den Aristokraten selber gut tun, dann hätten wir allen riesiges Problem, weil dann wäre Aristokratie strukturell unüberwindbar. Ja, also wäre es so, dass die Aristokraten selber nicht leiden unter Aristokratie, dann wäre es unüberwindbar. Das Gleiche ist übrigens beim Thema Patriarchat, was halt nicht so ganz mein Thema ist, weil ich es für ein Subthema halte. Ich halte es nicht für das Kernthema, anders als andere. Aber im Patriarchat ist das Gleiche. Die Grundfrage, wenn du also heute Feminist bist oder Feministin, ist, leiden Männer auch unter dem Patriarchat, ja oder nein? Und wenn es so wäre, dass Männer nicht unter dem Patriarchat leiden, also dieses naive Bild, so den Männern geht super, die Frauen werden unterdrückt. Wenn das das Bild ist, dann hätte Feminismus keine Chance, dann hätte Emanzipation keine Chance. Warum? Weil wenn du es dann als Machtkampf verstehst zwischen Männern und Frauen und die eine Partei, das eine Lager, das Lager der Männer hat die Macht und das eine Lager hat keine Macht, dann kannst du von vornherein sagen, wenn du es als Machtkampf aufmachst, wer den Kampf gewinnen wird, nämlich immer die Männer. Dann wäre es aussichtslos. Und die einzige Hoffnung, die Gegner des Patriarchats haben können, ist, dass Männer unter dem Patriarchat auch leiden, wenn auch auf eine andere Weise. Dass es den Männern im Patriarchat selber schlecht geht. Das ist zum Beispiel was, was eine ganz tolle Rednerin und Autorin erzählt, das ist die von mir auch oft verlinkte und zitierte Chimamanda Ngozi Adichie, die diesen wunderbaren TED-Talk hat, Why we all should be feminists, warum wir alle Feministen sein sollten. Das heißt, wir alle heißt auch die Männer. Und das funktioniert aber nur, wenn die Männer unter dem Patriarchat ebenfalls leiden, wenn die Männer in der Realität gar nicht leiden, ist das aussichtslos. Und den gleichen Mechanismus gibt es auf der Ebene Demokratie, Aristokratie. Also was die Moderne konstant ignoriert ist, dass die antike Demokratie von Aristokraten eingeführt wurde. Und da wird nie gefragt, also bisher habe ich kaum Menschen getroffen, die sich mal gefragt haben, warum haben diese gottverdammten antiken Aristokraten, die sturzschauvinistisch waren, die hochmilitaristisch waren, die krasse auch Klassenvorurteile hatten, warum haben diese Menschen Demokratie erfunden? Warum haben die antiken Aristokraten Demokratie erfunden und eingeführt? Was hatten sie selber davon? Und dann wird dann oft so argumentiert, ja, in den Inneradelskämpfen hatte die Partei des Kleistendes davon einen Vorteil gegenüber. Ja, das kann sein, das ist nicht ganz unrealistisch oder nicht ganz auszuschließen, aber es wird was anderes ausgeblendet, was ausgeblendet ist, dass möglicherweise die antiken Aristokraten was erkannt hatten, was die modernen Aristokraten eben noch nicht erkannt haben, nämlich, dass Aristokratie als Staatsform, als Verfassung, den Tatbestand einer beständigen Selbstschädigung erfüllt. Das heißt, Aristokraten, und das haben die Griechen tatsächlich erlebt, geht es in der Aristokratie schlecht. Sie profitieren vom aristokratischen Zustand nicht, stattdessen bringen sie sich gegenseitig die ganze Zeit um. Und viele von ihnen verarmen auch in diesen Kämpfen oder werden vertrieben, werden ausgeschlossen, werden ermordet, manchmal mit ihren ganzen Familien und so weiter. Das haben die Griechen erlebt an sich selber und haben als Antwort auf diesen unguten Zustand, unter dem sie selber gelitten haben, und jetzt rede ich, wenn ich sage von den Griechen, meine ich die griechischen Aristokraten, haben deswegen Demokratie eingeführt. Eigentlich als Lösung für ein Problem, das sie selber hatten. Das wird aber der Moderne nicht gesehen. Die Moderne hält das für ausgeschlossen. Das ist aber die einzige Hoffnung. Die einzige Hoffnung auf Demokratie besteht darin, dass die Aristokratie begreift, wie sehr sie sich an sich selber leidet und wie wenig sie die Probleme, die sie selber erzeugt, selber lösen kann. Aristokratien sind unfähig, die Probleme zu lösen, die sie selber freisetzen und das erleben wir gerade heute wieder. Alle gesellschaftlichen Probleme, die wir heute haben, sind Resultat unserer aristokratischen Struktur. Unsere heutige aristokratische Gesellschaftsstruktur setzt diese Probleme frei, die wir heute haben in der Gesellschaft. Und gleichzeitig kann diese aristokratische Grundstruktur diese Probleme, die sie selber freisetzt, nicht lösen, nicht bewältigen. Sie hat keine Antworten darauf, keine Strategien. Und deswegen hat heute Demokratie wieder Chance auf Realisierung, weil allmählich einigen Aristokraten schwarnt, dass das ein Problem ist. Also natürlich sind Leute wie David van Rehbroek, natürlich sind Leute wie in den Staaten James Fishkin und so weiter, natürlich sind das alles Aristokraten, die gehören zur Oberschicht, ganz eindeutig. Das sind aber Aristokraten unserer Tage, die erkannt haben, dass Aristokratien ein Problem sind und sich deswegen für Demokratisierung klar machen. Auch in Deutschland, der Peter Dienel, dieser Soziologe, der das Bürgergutachten mit Planungszelle erfunden hat, das eben auch mit dem Gebrauch macht vom demokratischen Losverfahren, war ganz eindeutig ein Aristokrat. Also A war er Soziologe, in dem keine Ahnung waren, wo noch nicht diese allgemeine Ausbreitung von mehr Leute gehen an die Unis und so waren. Also das war in der Zeit, der war zum Beispiel ein persönlicher Freund von unserem späteren Bundespräsidenten Johannes Rauf. Eindeutig gehörte der Mann zur Aristokratie unserer Tage. Also wir leben wieder in einer Zeit, in der einige Aristokraten begreifen, dass Aristokratie ein strukturelles Problem ist, auch für sie selber. Also die nicht aus Nächstenliebe oder sowas demokratisieren wollen, sondern aus Eigennutz. Die begreifen, wenn wir so weitermachen, wenn wir so in den aristokratischen Strukturen mit den beständigen Parteikämpfen weitermachen, dann fällt uns das selber ganz gewaltig auf die Füße und das ist unsere einzige Hoffnung. Dass die Aristokraten der Welt begreifen, dass aristokratische Strukturen auch für sie selber schadhaft sind. Und ja, das haben, wie gesagt, wurde in der Antike schon mal begriffen, so im Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Einführung der Demokratie, wenn man Datum haben will, ist wahrscheinlich 508, 507 vor Christus mit den kleisthenischen Reformen. Da geht das los. Da hat man das schon mal begriffen. Wir stehen irgendwie noch so am Rand dieser Erkenntnis. Wir stehen kurz vor der Erkenntnis, dass wir begreifen, wie aristokratisch wir immer geblieben sind, wie wir nach wie vor sind, wie wir heute sind und dass das ein Problem ist und dass das Probleme erzeugt, die wir aber in dieser aristokratischen Struktur nicht lösen können. Wir stehen so am Rand dieser Erkenntnis, ob sie sich durchsetzen kann in der Breite der Aristokratie, ist noch fraglich. Also zum Beispiel eine Partei, die FDP war schon mal offener gegenüber demokratisch gelosten Bürgerversammlungen. Jetzt derzeit rudert sie wieder zurück und ist gegen geloste Bürgerversammlungen offenbar. So zumindest was ich mitkriege. Da waren wir schon mal kurz weiter. Und mir wird immer berichtet, zum Beispiel die AfD sei total gegen geloste Bürgerversammlungen. Das weiß ich nicht. Es juckt mich tatsächlich in den Fingern mal, mich tatsächlich mit ein paar AfD-Parteivertretern hinzusetzen und das auszuloten, ob das in der Wirklichkeit wirklich so ist, wie mir immer berichtet wird. Weil aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt rein strukturell, analytisch denke, fallen mir aus dem Stand ein paar Argumente dabei ein, die also keine geringe Chance haben, AfD-Parteivertreter davon zu überzeugen, dass geloste Bürgerversammlungen auch in ihrem Eigeninteresse sind. Das mag jetzt Leute, die anderen Parteien anhängen und die AfD ganz schrecklich finden, vergraulen oder ihnen Angst machen, aber letztlich brauchen wir allgemeine Zustimmung zu einer Demokratisierung, sonst wird sie nicht stattfinden können. Wir brauchen, dass alle heute existierenden Adelsparteien sehen oder die meisten sehen, dass Demokratisierung auch für sie selber vorteilhaft ist. Sonst hat sie keine Chance auf Realisierung. Also wenn du mehrere Adelsparteien im Staat hast, die gegen Demokratisierung sind, dann ist meine Frage, wie willst du mit der Demokratisierung denn vorankommen? Du hast ja massiven Widerstand gegen dich und die Leute werden alle möglichen Mittel anwenden, um das zu sabotieren, boykottieren, in Misskredit zu bringen, zu delegitimisieren, wie sie immer sagen und so weiter. Also musst du alle Leute überzeugen, dass Demokratisierung für sie vorteilhaft ist und da fallen mir für die Vertreter verschiedener Parteien sehr, sehr, wie so wir sagen, Argumente ein, die da einfädeln, wo sie halt tatsächlich stehen, also die in ihrer eigenen Denkstruktur, in ihrer eigenen logischen Struktur, ja, auf die, an der ansetzen. Und das heißt, wenn man über geloste Bürgerversammlungen redet, redet man am besten mit Anhängern der Grünen anders als mit Anhängern der AfD oder mit Anhängern der CDU, CSU, als mit Anhängern der SPD. Man muss dazu nicht lügen oder so, man betont nur andere Aspekte, die halt Demokratie an sich tatsächlich hat, die geloste Bürgerversammlungen an sich haben, die Demokratisierung an sich hat. Demokratisierung hat sehr viele Dimensionen, sehr viele Aspekte, sehr viele Wirkungen gleichzeitig und je nachdem, mit wem man spricht, betont man andere Aspekte. Deswegen ist auch so ein Kanal wie dieser hier hoch dysfunktional, weil hier kann ich nicht differenzieren. Ich kann hier nicht anders reden, als halt mir der Schnabe gewachsen ist, also hier adressiere ich nur mich selbst, das ist ein reines Selbstgespräch. Hier rede ich so, wie ich rede, wenn ich mich überzeugen müsste, ich bin aber schon überzeugt, insofern ist es eine ganz absurde Form von Preaching to the Choir, also hier ist der Preacher und der Choir identisch, also völlig absurd und mehr überzeugt von der Sache, als ich schon bin, kann man ja kaum sein, also was mache ich hier, aber in der Realität der wirksamen Kommunikation ist es so, dass du mit verschiedenen Menschen verschieden reden musst, weil sie halt an verschiedenen Stellen stehen und auch die Welt verschieden konzeptionalisieren, verschiedene Dinge für selbstverständlich halten und verschiedene Dinge für absurd halten und dann redet man über Demokratisierung mit verschiedenen Menschen verschieden, logischerweise. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und mich juckt es immer mal wieder in den Fingern, tatsächlich persönlichen Kontakt, den hatte ich noch nicht. Also ich habe tatsächlich mit Vertretern fast aller Parteien schon persönlich geredet, auch offiziellen Vertretern, über diese Frage und habe da jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Aber mit der AfD habe ich noch nicht geredet, weil mir die Vertreter der anderen Parteien gesagt haben, wenn du mit der AfD redest, reden wir nicht mehr mit dir. Okay, ist jetzt nicht mein Plan, aber okay, wenn das der Preis ist, dann zahle ich ihn halt. Aber mittlerweile denke ich mir, warum nicht? Warum nicht? Also mehr als enttäuscht werden kann man nicht oder mehr als an seine Grenzen stoßen kann man nicht. Und an diesen Gedanken von man wird korrumpiert durch persönlichen Kontakt, glaube ich, eh nicht. Ja, also ich bin da nicht so, ich operiere nicht mit dem Begriff der Kontaktschuld. Ja, also so im Sinne von, wenn der sich mal mit dem getroffen hat, dann ist automatisch derjenige moralisch diskreditiert oder als Interaktionspartner diskreditiert. So denke ich nicht. Ich bin ja von Natur aus sowieso ein Brückenmensch, ich sitze sowieso zwischen allen Stühlen. Ja, ich bin Akademiker, obwohl meine Eltern keine sind. Ich bin ein halbes deutschen Kind, ein halbes Migrantenkind und das auch noch in mehrfacher Hinsicht. Was noch? Mein Leben lang habe ich immer wieder mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet und bin mit dem Thema aufgewachsen. Habe selber eine starke Sehbehinderung und auch sonst in vielerfacher Hinsicht einen, das ist jetzt was anderes, Entschuldigung, an alle Menschen mit Behinderungen, machen Cut. In anderer Hinsicht habe ich noch dazu vieler Hinsicht einen an der Klatsche. Also ich bin auch, wie soll man sagen, psychologisch hochgradig auffällig. Also meine Persönlichkeitsmerkmale sind nicht in jeder Hinsicht ganz weit verbreitet, zumindest teilweise. In anderer Hinsicht bin ich natürlich sturzgewöhnlich. Und so weiter. Also ich bin in jeder Hinsicht, in allermeisten Hinsicht, ein echter Brückenmensch. Oder auch bei der Geschlechtsidentität, habe ich hier auch schon oft erzählt. Ich gehöre zu den merkwürdigen Männern, die sich in jungen Jahren vor allem, also so Identifikationsgestalten, ihre positiven Vorbilder vor allem in Frauen gefunden haben. Weil die Männer, die um mich rum waren, waren überwiegend indiskutabel schlecht. Es gab in meiner jüngeren Kindheit, als ich ganz klein war, zwei Männer, die positiv waren. Das eine war der Mann meiner Pflegemutter. Heute würde man sagen Tagesmutter. Der war aber nie da, aber den habe ich idealisiert als irgendwie zweijähriges Kind oder so. Hat sich so ausgedrückt. Und der hat einen Ford gefahren und die kleinen Autos, die ich am liebsten mochte, mit denen ich gespielt habe, waren Fords. Das war die positive Identifikation, die sich da ausgedrückt hat. Und der zweite Mann, den ich positiv fand, war mein Grundschullehrer in der dritten, vierten Klasse. Das war zufällig ein Mann. Derzeit in Grundschulen, wir wissen wahrscheinlich die meisten, die Kinder haben mit einem Grundschulalter, sind fast alles Frauen. Also auch nach wie vor sind Männer selten. Ich hatte das Glück, einen männlichen Grundschullehrer zu haben. Ich hatte auch eine ganz tolle Grundschullehrerin in den ersten zwei Jahren meines Schullebens. Und dann aber im dritten, vierten Jahr hatte ich einen ganz tollen Grundschullehrer. Das waren die einzigen Männer, die ich positiv fand als Kind. Alles andere meiner Vorbilder waren Frauen, als ich jünger war. Das hat sich dann geändert irgendwann, aber erst so Mitte 20. Das heißt, ich bin in Hinsicht auf sexuelle Identität tatsächlich etwas merkwürdig geprägt. Das ist nicht in der Form nicht ganz so weit verbreitet. Und insofern bin ich auch da ein Brückenmensch und anders gesagt, ich bin hochproblematisch. Und so. Und als dieser Brückenmensch habe ich wenig, wenig Berührungsängste auch zu Vertretern vor AfD gehen, wenn man das rechtfertigen will. Ich habe da ein großes Vorbild, das viel krasser ist als ich. Also das ich auch nie erreichen würde. Also allein nicht mit diesem Vorbild zu vergleichen, also von meiner Seite ist anmaßend. Das ist dieser von mir auch oft verlinkte Daryl Davis, der sich regelmäßig mit den Anführern des Kuklux-Clan getroffen hat, als schwarzer Jazz-Club-Pianist oder so. Ja, also es ist ein schwarzer Jazzmusiker, der sich angefreundet hat ganz bewusst mit den Anführern des Kuklux-Clans im amerikanischen Bundesstaat Maryland. Also für diese Vorgehensweise gibt es Vorbilder. So viel sei gesagt. Und also für mich ist der Daryl Davis ein Held. Ich selber möchte eigentlich kein Held sein. Ich halte Heldentum nicht für erstrebenswert, aber trotzdem kann ich anerkennen, der Daryl Davis ist ein echter Held. Der hat unter persönlichem Einsatz seines persönlichen Lebens eine Veränderung bewirkt in der Realität. Eine sehr kurzfristige, nicht stabile Veränderung, aber immerhin. So und insofern kann ich auch, ich gehe zur AfD und rede mal mit denen über geloste Bürgerversammlungen und über Demokratisierung von mir selber durchaus rechtfertigen, auch wenn das niemand sonst verstehen mag. So, so viel dazu. Und einfach, ich tue es ehrlich gesagt, falls ich es noch tue, ich bin noch nicht ganz entschieden, aus reiner Neugier, weil ich gern wissen will, ob das, was mir erzählt wird, dass die AfD total gegen geloste Bürgerversammlungen ist und gegen Demokratisierung ist, ob das wirklich in der Realität stimmt, oder ob ich Kraft meines merkwürdigen rhetorischen Talents doch in der Lage bin, da ein paar Punkte zu setzen, wo einige AfD-Granten, lokale AfD-Granten, ankommen, anfangen nachzudenken, ob das nicht doch in ihrem Sinne ist, obwohl sie erst gedacht haben, es sei gegen ihre Ziele. Das wird jetzt allen Linken tierisch Angst machen, aber wie gesagt, ich bin eine sturzlinke Großstadt, ist auch ja immer gewesen, ich bin sturzlinks sozialisiert worden, an dem Gymnasium, auf das ich zufällig gegangen bin in Augsburg. Ein altehrwürdiges, humanistisches Gymnasium, an das ich mich verlaufen habe, weil ich die Dinosaurier liebte, weil ich ein Spätentwickler war und die Dinosaurier nahmen auf Latein sind und wenn du Latein als erste Fremdsprache nimmst, dann landest du auf dem humanistischen Gymnasium, davon gab es in Augsburg damals zwei. Auf einem von beiden bin ich dann gelandet und dort bin ich dann sturzlinks sozialisiert worden, weil alle meine hochprivilegierten Mitschüler halt gerne Punks und Links und irgendwas sein wollten und das hatte natürlich auf mich eine Auswirkung. Außerdem, wenn man aus dem kurdischen Elternhaus kommt, ist es ziemlich schwer, nicht Links zu werden. Also ich bin eine sturzlinke Socke, die sich tatsächlich hinsetzen wird wahrscheinlich und auch mit AfD, unter anderem, ich rede mit allen Parteien, unter anderem auch mit AfD-Parteipolitikern über geloste Bürgerversammlungen redet und dann, ja, dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ja, und wie gesagt, ich rede mit jedem anders, das mache ich auch transparent, weil das gar nicht anders Sinn macht. Wenn du, wenn ich, wenn ich mit AfD-Leuten so rede, wie ich mit grünen Leuten rede, dann kann ich es gleich von Anfang an vergessen. Was soll das? Und hier auf diesem Kanal rede ich zu mir selbst. So, hier rede ich so, wie ich reden muss mit einer Person, die so ist wie ich. Das ist begrenzt sinnvoll. Man ist immer nur eine ganz kleine Randgruppe in der Gesellschaft. Das trifft übrigens meines Achtens auf jeden Menschen zu. Jeder Mensch ist heute eine kleine Randgruppe bei näherem Hinsehen. Jeder Mensch ist heute so besonders, dass er in nicht einer Hinsicht, sondern in vielfachen Hinsichten zu einer Minderheit gehört. Jeder Mensch, ausnahmslos jeder. Weil wir alle eine Identität haben, die aus sehr vielen Teilidentitäten besteht. Und wenn man jede dieser Teilidentitäten anschaut, dann ist die bezogen auf die gesamte große Gesamtmenschheitsgesellschaft in der Minderheit. Also zum Beispiel Weiße sind in der Minderheit, menschheitsgeschichtlich, menschheitsstatistisch. Männer sind in der Minderheit. Der kleinere Teil der Menschheit sind Männer. Alte sind in der Minderheit, Junge sind in der Minderheit, Akademiker sind in der Minderheit, Nicht-Akademiker sind in der Minderheit. Wenn man auf ganz bestimmte Weise hinschaut nur. Sonst sind sie natürlich in der Mehrheit. Ja, Brillenträger sind in der Minderheit oder Menschen mit einer so starken Sehbehinderung, wie ich sie habe, sind auf jeden Fall in der Minderheit. Was noch? Also egal, welche Eigenschaft man nimmt, man ist in der Minderheit. Die Psychodiversität ist auch sehr interessant. Also interessantes Gebiet, die Psychodiversität. Unser Gehirn arbeitet eben sehr ähnlich bei allen Menschen, aber arbeitet nicht genau gleich. Und es gibt verschiedene Grundstrukturen. Und da ist man immer auch in der Minderheit. Also wenn man zum Beispiel zu einem der vielen Autisten gehört, im riesigen Autismus-Spektrum, wer das nicht weiß, Autisten sind nicht alle gleich, ganz viele Formen von Autismus, dann ist man auch in der Minderheit. Oder wenn man ADHS hat, ist man auch in der Minderheit. Wenn man eine bipolare Störung hat, ist man auch in der Minderheit. Also egal, was du so hast und wer du so bist, du bist in der Minderheit. Und das nicht in einer Hinsicht, sondern in mehrfacher Hinsicht. Und daraus setzt sich Gesellschaft zusammen. Wir sind eine Gesellschaft aus lauter Minderheiten, die miteinander um die Macht kämpfen und das aristokratisch organisieren. Und das ist absurd. Das sollten wir aufhören zu tun, zugunsten einer Demokratie, die diesen Namen Demokratie wirklich verdient hat. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.